Moin Leute und herzlich willkommen zu einem ganz speziellen Video und zwar wurde der Code einer Ransomware, die speziell für Android Geräte entwickelt wurde, reverse engineered und zwar von FSociety, dem einen oder anderen sagt es vielleicht sogar was, github.com slash FSociety, ihr seht hier oben den Link, das ist eine 0 und das ist eine 1, nur damit ihr es richtig lesen könnt und dann SLocker, ja wir sehen hier, das ist der komplette Code dazu, der wurde nicht von demjenigen, der dieses github hier verwaltet, erstellt, also die Ransomware ist nicht irgendwie original oder sowas, sondern das Ganze wurde wirklich reverse engineered, das bedeutet, er hat die kompilierte APK genommen und hat daraus wieder Code gebastelt, was echt viel Aufwand ist und gar nicht mal so einfach und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal die spannenden Klassen sozusagen an, ihr seht hier noch ein paar Resources, die brauchen wir aber eigentlich nicht und Assets haben wir auch noch ein paar, die brauchen wir aber eigentlich auch nicht und ja, das ist der originale Code hier und zwar besteht der aus einem Main Fragment, einer Main Activity, einer Utils Klasse, einem Encrypt Fragment und einer Custom Progress Bar. Naja, Custom Progress Bar dürfte wohl die stinknormale Progress Bar sein, also nicht wirklich irgendwas Spannendes, sage ich jetzt mal, die Main Activity auch nicht sonderlich spannend. Und, oh, lasst mich da am besten mal ein bisschen größer stellen, damit ihr das auch richtig sehen könnt, so dürfte besser sein, denke ich mal, ja, okay. So, also, wir schauen weiter mal durch und zwar spannend wird es dann hier in der OnCreate, logischerweise in der OnCreate Methode, die nämlich ruft alles auf, was wir nachher noch uns angucken werden und zwar auch dieses ganze Zeug zum Encrypten eben. So, wir sehen hier erstmal, es werden ein paar Komponenten initialisiert, das ist nicht besonders spannend, was dann aber richtig spannend wird, ist dann hier und zwar hier wird erstmal eine Random Number kreiert und zwar aus einem Zufallswert, also erstmal hier die BuildConfig.VersionNumber am Anfang und die wurde dann, auf die wurde dann was drauf addiert und zwar eine zufällige Zahl zwischen 0 und viel, einer Million ungefähr und dann nochmal ein bisschen was drauf addiert. Okay, das war sozusagen dann die Zahl, naja, die man am Ende als Key benutzt hat, das sehen wir hier unten, die Crypt Key, BuildConfig.VersionName plus Integer.Pass in this.RandomNumber, das ist sozusagen diese Zufallszahl gewesen, plus 520, warum auch immer. Genau, und dann sehen wir hier, Utils wurde aufgerufen, das heißt, Utils enthält wahrscheinlich die Variante, der wir verschlüsseln werden, sieht man auch weiter unten noch ein bisschen. Ja, und ansonsten passiert hier nicht mehr so besonders viel, außer dass tatsächlich das External Storage Directory offiziell mehr oder weniger gelöscht wurde, zumindest DeleteDeal lässt darauf hinweisen, dass es wahrscheinlich gelöscht wird, aber in dieser Utils-Klasse scheint noch mehr vorzugehen, wir wollen ja nicht nur löschen, sondern wir geben hier auch den Schlüssel an und sehen hier MainActivity.this, naja, das ist dann wahrscheinlich der Intent. Genau, und dann haben wir hier eben sozusagen die Variante, wie das Ganze verschlüsselt wurde, das heißt, wir löschen im Endeffekt, wenn wir fertig sind, das komplette External Storage, also die SD-Karte im Endeffekt, und verschlüsseln die alle. Ja, und ansonsten passiert hier nicht mehr viel, außer wenn man hier sagt, wenn man die App verlassen möchte, dann können die Sachen nie mehr recovered werden, also sozusagen eine Warnung oder eine Drohung, je nachdem wie man möchte. Hier nochmal genau dasselbe, wenn man das Ganze pausieren möchte, das heißt, wenn man es irgendwie beenden möchte. Ja, genau, das ist sozusagen die MainActivity, das heißt, jetzt wissen wir, wo wir hingucken müssen, und zwar in die Utils-Klasse. Okay, Utils sehen wir, hier ist echt viel am Werk, und zwar schon allein an den Inports sehen wir, Security ist am Werk, das heißt, hier wird irgendwas verschlüsselt, Krypto ist am Werk, ja, und das ist dann sozusagen die Datei, die dann auch wirklich spannend ist, die wollen wir jetzt uns ein bisschen genauer angucken, den Rest könnt ihr gerne mal selber angucken, den Link habe ich euch ja erstens mal in der Beschreibung und zweitens schon oben gezeigt. Okay, was wir hier also sehen, ist, ist eine ganz normale Klasse, keine, kein Event oder keine Activity oder sonst irgendwas, genau. So, zunächst einmal haben wir hier eine Methode GetFiles. GetFiles macht tatsächlich auch einfach das, es liest alle Dateien aus einem Pfad aus, der Pfad wird als Parameter übergeben. Und für jede Datei, die wir hier drin finden, gucken wir, ist es eine Datei, falls ja, kriegen wir hier den Dateinamen, und wenn der Dateiname länger ist als dieser String, der auch noch mit angegeben wird, dann wollen wir hier von dem Dateinamen nur die ersten so und so viele Buchstaben nehmen, also genauso viele wie eben str2 hat, also sozusagen einfach die ersten paar nehmen. So, und wenn die Datei eine Datei ist, wenn sie auch dann dem, also wenn sie genau dem String 2 hier, also genau dieser Datei, die übergeben wurde, entspricht, und wenn sie keinen Slash-Punkt enthält, und ja, ihr seht im Endeffekt selber, was hier passiert, wenn die Datei nicht größer ist als 10.240 und kleiner ist als dieser Betrag, dann adden wir sie zu den verschlüsselten, oder zu verschlüsselnden Dateien, das heißt, wir tragen sie in sozusagen eine Liste ein, die dann eben nachher alle Dateien enthält, die verschlüsselt werden sollen. Aber ihr seht, es ist hier tatsächlich auch nur für diese eine Datei str2. Okay, dann, wenn es not set ist, was auch immer not set bedeutet, werden wir hier oben irgendwo finden, wahrscheinlich, ne, finden wir gerade nicht, ich zumindest bin zu blöd gerade dazu. Ansonsten, wenn es ein Directory ist, dann wollen wir hier das Ganze rekursiv machen, das heißt, wir wollen diese getFiles-Methode hier wieder aufrufen, und wir sehen hier, also das hier oben war ja tatsächlich nur, wenn das Ganze auch eine Datei ist, und das hier sowieso nur, wenn es eine Datei ist, aber wenn es keine Datei ist, sondern wenn es ein Directory ist, dann wollen wir wieder im Endeffekt das Ganze rekursiv aufrufen, das heißt, wir sehen hier File.getPath und dann übergeben wir wieder denselben String, das heißt, wir suchen im Endeffekt rekursiv danach. Wir wollen allerdings nicht, dass das Verzeichnis hier reingezählt wird, das heißt, dieses com.irgendwas. Wir wollen nicht, dass mir reingezählt wird, gezählt wird, download, dcim, also die Bilder, und buy.do.net.disc, was auch immer das ist, verstehe ich auch nicht ganz, aber wahrscheinlich habe ich dazu einfach nicht genug Handy-Erfahrung. Ihr werdet vielleicht so ein Verzeichnis kennen. Okay, so, dann haben wir hier eine kleine Hilfsmethode, Byte to Hex, das Ganze wandelt einfach ein Byte in eine hexadezimale Zahl um, kann man mit jedem Byte machen, muss man aber nicht. Dann haben wir hier eine Funktion bz, die setzt uns tatsächlich am Ende eine Ressource, dieses Bar als Hintergrundbild, von unserem kompletten Handy sozusagen, und die sagt uns dann, wie wir weiter vorgehen müssen, und das ist dieses typische, hey, deine Dateien wurden verschlüsselt. Hier kannst du Geld abgeben, und dann kriegst du deine Dateien unter Umständen vielleicht auch nicht wieder. So und so funktioniert es. Das ist im Endeffekt genau dieses Bitmap. Dann hier decrypt-File, hier ist tatsächlich auch eine Funktion drin, mit der man decrypten kann, und das ist irgendwie ziemlich cool. Der hat es tatsächlich auch eingebaut, dass man wieder was entschlüsseln kann, nicht nur verschlüsseln, das heißt, er hatte wirklich auch die Intention, Leuten, die bezahlt haben, auch wirklich seine Dateien zurückzugeben. Ist trotzdem noch Erpressung, aber, naja, macht es nicht besser. Aber ich denke, es ist trotzdem ganz spannend, den Code mal zu lesen von sowas. Vor allem für Android habe ich sowas tatsächlich noch nie gesehen. Ja, dann sehen wir hier, okay, wir wollen eine Datei entschlüsseln, das wäre dann diese Datei hier, Encrypted-File, und dann wollen wir sie wieder zu der Decrypted-File reinpannen, aber nur, wenn sie noch nicht existiert, und wenn die Datei eine Datei ist. Ansonsten wollen wir logischerweise nichts machen. Ja, und hier sehen wir dann, Cipher-Input-Stream ganz normal mit AES verschlüsselt, clever gemacht, muss man an der Stelle sagen, und zwar mit dem Passwort, dann einfach entschlüsselt. Das heißt aber, das Passwort stand im Endeffekt bei jeder ausgeführten Variante von diesem Trojaner schon dabei, und irgendwo innen drin, in dem Code von dieser Dings, musste das ja generiert werden, sprich, es war auch noch irgendwo vorhanden. Aber dazu vielleicht nachher mehr. Genau, hier sehen wir dann eben, ja, File-Output-Stream ganz normal, einfach alles, was entschlüsselt wurde, wurde dann rausgeschrieben, auch in diese Datei, und dann wurde geflasht und geschlossen. Ja, und das ist im Endeffekt alles gewesen. So, hier finden wir die Encrypt-Variante, das heißt, hier wurde dann auch wirklich eine Datei verschlüsselt. Und das funktioniert im Endeffekt genauso. Wir haben hier einfach ein AES, und zwar eine Verschlüsselung. Dieses Mal hier oben hatten wir eine Entschlüsselung, sehen wir an dem Cipher-Input-Stream. Das heißt, die Cipher wurde reingesteckt. Hier haben wir jetzt einen Cipher-Output-Stream, das heißt, hier wurde die Cipher rausgesteckt. Also bei einer Verschlüsselung kommt am Ende ein Cipher raus, während bei einer Entschlüsselung kommt am Anfang eine Cipher rein und ein normales Ding raus. So, okay, es wird also ganz normal verschlüsselt, Cipher-Output-Stream.write, und ja, es wird wieder geflasht, ganz normal, und die Verschlüsseldatei wird zurückgegeben. So, und dann hier eine Methode zum Löschen von Verzeichnissen. Wir sehen es hier, ist aber jetzt nicht wirklich besonders. Delete-Dir-Wirff-File, da brauchen wir nochmal Spezial-Dinge, weil innen drin kann natürlich noch irgendwas liegen, das heißt, man muss da rekursiv durchgehen. Will ich jetzt aber auch tatsächlich nicht mehr so weit durchgehen, weil das hat ja eigentlich nichts mit dem eigentlichen Trojaner zu tun. Klar, es werden alle Verzeichnisse gelöscht und alle Dateien, wenn sie mal verschlüsselt sind. So, dann haben wir hier das Formating, das heißt, hier wurden die Dateien dann irgendwie umbenannt nach einem speziellen Format, und offensichtlich war das Format relativ zufällig. Und dann haben wir noch eine wunderbare GetBar-Methode und GetMM-Methode, die sind irgendwie, naja, nicht so ganz nett benannt worden, aber hey, wir kennen das. Ja, hier oben sehen wir, von wem das Ganze geschrieben wurde, das heißt Buy, und dann haben wir irgendwas in Unicode, was dann am Ende in Base64 enkodiert wurde und dann als neuer String hier rausgegeben wurde. Und hier unten sehen wir auch nochmal sowas in die Richtung irgendwelche Unicode-Zeichen, ihr könnt sie gerne mal euch angucken. Da wurde dann einfach hin und her geschubst mit irgendwelchen Unicode-Zeichen, ist aber nicht wirklich besonders. So, hier sehen wir, wurde Shea1 benutzt für irgendeinen Message Digest, aber auch nicht wirklich besonders spannend. Hier unten wird es wieder spannend, und zwar hier wurde die Cypher generiert, und zwar die Cypher, die dann am Ende wirklich alles verschlüsselt hat, das heißt, wir haben hier erstmal Hexadezimale, also quasi alle Hexadezimalen Zahlen in ein Array geschrieben, dann haben wir ein Byte-Array aus dem String, der verschlüsselt werden sollte, gemacht und haben eben dann durch dieses Byte-Array die Möglichkeit, das Ganze auch wirklich zu benutzen. Dann haben wir hier MD5 benutzt, okay, und ja, haben dann eben hier gesagt, okay, wir wollen das Ganze hashen, offensichtlich mit MD5, warum auch immer. Und dann sehen wir hier ein wunderbares To-Do-Unsure, was auch immer das bedeutet. Das bedeutet wahrscheinlich, dass er sich beim D- oder beim Reverse-Engineer nicht ganz sicher war, was hier gerade tatsächlich passiert ist. Aber ja, wir haben hier scheinbar die Länge des Hash-Wertes genommen, wobei die Länge des Hash-Wertes eigentlich immer konstant ist, soweit ich mich erinnere. Vielleicht habe ich ja auch gerade tatsächlich was falsch verstanden und dann haben wir an der Stelle einen Char genommen, haben dann irgendwas mit dem Char gemacht, irgendwelche Bit-Schiebereien hier, und ja, haben dann hier unten wiederum einen neuen Substring zurückgegeben, was auch immer das genau tut. Okay, aber hier haben wir nochmal die IS-Cypher initiiert und da sehen wir nochmal, wie man in Java tatsächlich Verschlüsselung benutzt. Das heißt, wir haben hier erstmal einen IV, einen Initialisierungsvektor gebraucht. Das hat er auf QQ gesetzt. Irgendwas mit QQ. Sehr viel QQ offensichtlich. Und dann haben wir hier gesagt, wir wollen AIS-Verschlüsselung. Wir wollen das Ganze im CBC-Modus machen. Ihr erinnert euch, CBC-Modus ist der richtige Modus. Leider für eine Ransomware wäre natürlich angenehmer, wenn der falsche Modus benutzt wird. Aber sinnvollerweise wurde der benutzt. Und dann haben wir hier sogar noch ein Padding hinten dran gehängt. Nein, nicht Padding, sondern Padding mit A. Okay. Und mit Doppel-D. Okay. Gut. Und dann haben wir gesagt, hier ist Cypher.init. Das braucht man einfach nochmal, um die ganzen Dinger hier reinzustecken, sozusagen. SecretKeySpec, das war der Schlüssel, den wir hier oben bekommen haben. Den haben wir hier als String.getBytes. Das war tatsächlich einfach das Passwort, das wir oben gesehen haben. Ich glaube, diese Random Number wurde hier reingesteckt. Ja, genau. Der Rest ist nicht mehr so, so gut reverse-engineert, muss ich sagen, weil hier sehen wir dann auch JJ. Ja, das sind so typische Namen für Methoden, die dann eben zurückkommen. Ja, das wäre dann natürlich cool, wenn man da irgendwie einen sinnvolleren Namen hätte, aber ihr könnt es euch gerne mal noch fertig durchlesen. Am Ende hat man im Endeffekt genau für jede Datei, die nicht zu einem gewissen Verzeichnis gehört hat und die nicht zu eben genau dieser App gehört hat, hat man diese Verschlüsselungsfunktion aufgerufen und dann am Ende nochmal alles gelöscht. Ja, und das ist im Endeffekt die ganze Magie gewesen hinter diesem Ding. Aber ihr seht, hier wurde mal ein Ransomware ziemlich sinnvoll geschrieben, also logisch sinnvoll geschrieben. Es wurde eine richtige Verschlüsselung genutzt. Es wurde immer unterschiedliches Passwort genutzt und es wurde dann auch wirklich mit AES verschlüsselt, mit CBT-Modus und dadurch hat man natürlich dann auch eine mehr oder weniger intelligente Ransomware geschrieben. Und ja, das Ergebnis seht ihr dann hier, das war dann am Ende das, was rausgekommen ist. Deswegen haben wir auch übrigens diese ganzen Unicode-Dinger. Ähm, genau. Und hier sehen wir dann die Zeit, die noch übrig geblieben ist und please scan the code bla 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 und dann musste man sich hier irgendwie äh, melden bei demjenigen, der das Ganze geschrieben hatte. Ja, ähm, das ist dann tatsächlich auch diese ganze App gewesen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, so ein kleines Let's Read von einer echten Ransomware zu machen, die reverse-engineert wurde. Und ihr seht, reverse-engineerter Code ist nicht immer leicht zu lesen, aber wenn man sich sehr viel Mühe gibt und dieser Mensch von F-Society hat sich offensichtlich sehr viel Mühe gegeben, ähm, dann kann man da durchaus einiges wieder rausholen. Gut, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.